Oh, hallo, Fucano! Das ist ja praktisch. Diese mysteriösen Strahlen, beziehungsweise diese mysteriösen Klangmaschinen, können, er sagt, nicht in Häusern, er sagt, eindringen. Ist ja praktisch. Mal sehen, ob wir hier, er sagt, noch mehr. Hm. Tausend, es ist nicht sicher. Ich werde hier drin bleiben. Wird draußen ein Film gerät oder sowas? Ist ganz schön laut. Tja, ganz schön laut, das wissen wir. Aber wie es aussieht, gibt es daher, sagt, hier nichts weiter Interessantes. Naja, wir können jetzt mal weiter hochgehen. Vielleicht gibt es ja noch hier ein paar Pokémon. So. Oh, eine Technikabteilung hier. Hallo Ranger, arbeitest du hart? Möchtest du frühere Ausgaben unseres Almea-Jourals sehen? Wir bewahren sie hinten ein Bücherregal auf. Oh, interessant. Möchtest du die Ausgabe 3 und 4 des Almea-Jourals schon erst ansehen? Ja, gern. Äh, nein. Ah, das ist neu. Brise forst in Flamme. Brisenauer Ranger als Helden gefeiert. Einwohner von Brisenau vor Schaden bewahrt. Matt will die Maschinen vor Ort gefunden. Ja, das ist doch gut. Jetzt sind wir auch mal in die Zeitung gekommen. Diese fortwährenden Ereignisse haben uns ganz schön auf Trab gehalten. Ähm, ich habe sogar schon darüber nachgedacht, euren Vordereich als Reporter einzustellen. Oh Gott. Dann besteht eure Zeitung ja bald nur aus Witzen. Ja, ja. Ist wirklich auch mal gut, einfach mal so in die Gegend hier rumzurennen. Naja, aufs Dach zu rennen. Gebringt er, sagt nur, was wenn ein Mann er sagt Liegeschuld dabei hat. So, also. Zurück zur Operation. Retten wir Havelbrück. Also go, go, go. Let's go. Lucia Lowe. Äh, yo. Vulcano. Dein Einsatz. Erledige die letzte kuriose Maschine. Bam. Die kuriose Maschine wurde zerstört. Danke Vulcano. Bis bald. Oh. Interessant. Oh. Diese Pokémon sind mir da auch nicht aufgefallen. Oh, da sind wir. Wir haben zwei Ranger gefunden. Und das Signal von zwei Kongiga-Einheiten verloren. Verdammt. Ach man, das musste ja wieder passieren. Die zerstören unsere Kongiga-Einheiten. Wir müssen dem Anführer Bescheid geben. Schnell weg. Nix da. Wir holen euch an. Kongiga? Ich bin sicher, die haben Kongiga gesagt. Na. Ist das der Name dieser kuriosen Maschinen? Was haben diese Heimlicht-Tour vor? Los, komm. Wir folgen ihnen. Ja, gut. Aber zuerst brauchen wir eine kleine Auffrischung unseres Fangkorns. Also. Pichu. Schnell gefahren. Gut, gut, gut. So. Und dann haben wir sowieso auch bald. Bald, bald, bald. Hier ist die Kongiga. Sind die letzten Kongiga-Einheiten besiegt. Erledigt. Na gut, Elicat. Dich brauchen wir. Du hast überladen. Version 2. Und damit können wir, er sagt, die blauen Kongiga-Einheiten besiegen. Allein besiegen, zerstören, weil er sagt. Besser gesagt. Besiegen würde man ja eher sagen, ja, wenn die leben würden. So. Also los. Rein in den Hafen. So, wo ist... Iiiiih. Was ist da los? Oh, verdammt. Melodia. Herr Stegner. Halte durch, Melodia. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Stegner, komm und rette dich. Au. Au. Oh, das säume ich doch. Stegner, Supersprung. Yeah. Melodia, du bist nicht verletzt, oder? Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Warum haben dich diese Dinger überhaupt so plötzlich angegriffen? Das wissen wir auch gern. Höchstwahrscheinlich. Ja, verdammt. Das ist ja auch noch eine grüne Einheit. So, ähm. Ich bin mit nicht hineingesprungen, aber was jetzt? Du meine Güte. Wir müssen ihm sofort helfen. Ja. Sofort, äh, sagt, wenn ich wieder ein Pucano geholt hab. Wir könnten bitteschön ahnen, dass er, sagt man, er sagt, eine Wei... Das ist eine weitere grüne Kongiga-Einheit ist. Oh, bitte lass da drinnen ein Pucano sein. Oh, Mist, wir können da nicht rein. Äh. Ach, verdammt. Ich hab mich in der Straße vertan. So. Ach, jetzt auf einmal wollen die... Äh, wollen die Elektro... Voltobytes wieder explodieren. Ist ja mal wieder... Nö, jetzt. Okay, ein Feuer-Upgrade haben wir noch nicht. Wie es mir scheint. Also, gut. Äh. Rabaus. Geh, bitte. Wir müssen uns jetzt... Ja, Moment, dieses Voltoball könnte uns auch noch gute Dienste leisten. Es hat auch Überladung 2. Naja, und wir haben ja eine Elektroabwehr. Also, das hat jetzt keinen Schaden deswegen gemacht. Also, gut. Retten wir Stegner und Melodia. Melodia. Die kleine Schwester unseres ehemaligen, äh, Parallelklassenkameraden... Parallelklassenkameraden... Anton? Alfons? Äh. Anton Alfons irgendwie so. Wie ist der Knacker, ja. So. Keine Sorge, ihr beiden. Fucano, rettet euch. Los, Fucano. Fucano, Glutattacke. Gott, die kuriose Maschine wurde zerstört. Danke, Fucano. Bis bald. Ihr wollt mich doch wohl verarschen. Wo ist denn hier noch eine Maschine? Hallo? Hier unten? Okay, können wir überladen? Verdammt. Funktioniert also nicht so einfach wie gedacht. Wenn, wenn das überhaupt diese eine Maschine ist. Oder, oder ist hier drüben, er sagt noch eine. Na? Na? Albert und Melodia sind meine wundervollen Enkelkenner. Achso, Albert hieß der Knacker. Wo ist unsere liebe Melodia nur wieder hingegangen? Aha. Albert hieß er also. Gott, Gott, Gott. Na ja, aktuell noch gut. Oh, Mann. Müssen wir jetzt wirklich, er sagt, den ganzen Weg nach unten gehen? Oh, verdammt nochmal. Das müssen wir wirklich. Okay. Nix da. Ja, wir müssen wirklich. Statt uns mit den hypnotisierten Pokémon herumzuschlagen, lasst uns lieber Konki Gas zerstören. Das wäre eine dauerhaftere Lösung. Ja. Also. Kehrt Marsch. Wir gehen zurück. Wir gehen zurück. Schnellen Fußes. Schnellen Marsches. Wir müssen zum Hafen. Von Havebrück. Um die Kongiga Maschine zu zerstören. Und zum Glück. Haben wir zwei starke Elektropogmon an unserer Seite. Ey. Ratprat aus dem Weg. Wir haben eine dringende Mission hier zu erledigen. Eine Mission, um ein kleines Mädchen und so einen Brückenhaini zu retten. So. Aber Moment. Wir haben ja drei starke Elektropogmon bei uns. Patschirisu zählt ja auch mit seiner Überladungsfähigkeit. So. Die sind nicht durchgedrungen. Das wissen wir leider. Also gut. Voltobal. Ey. Voltobal. Los. Zerstör die Kongiga Maschine. Energie. Gut. Die kuriose Maschine wurde zerstört. Danke Voltobal. Bis bald. Und da hauen auch schon die Bidi-Fass ab. War das jetzt... Oh, das war wohl die letzte. Vielen Dank, Ranger. Geht es dir gut? Dir hat niemand wehgetan? Ich weiß nicht, was ich zu meinen Gunsten sagen könnte. Ich habe ein paar fies aussehende Leute in Richtung Hafen laufen sehen. Sie sind zum Hafen gelaufen? Dann nichts... Dann nichts wie hinterher. Der Hafen liegt im Osten von Hafebrück. Dieses Mädchen Melodia hat einen älteren Bruder namens Albert. Er kann nicht oft herheimkommen, weil er immer jede Menge Arbeit hat. Darum ist Stegner hier wie ein großer Bruder für die kleine Melodia. Ich werde sie jetzt nach Hause bringen. Danke, Ranger. Yo, gut gemacht, Stegner. Und ich habe irgendwie... Lasst uns die zwielichtige Bande verfolgen. Wir gehen auf Hafebrück's unterer Straße nach Osten, um zum Hafen zu gelangen. Au ja. Scheiße. Wer zum Gucken hat denn diese blöden Schranken denn gebaut? Also gut. Elegant. Du bist gefahren. Gott. So, und was ich, er sagt, noch sagen wollte. Ich bin mir sicher, dass, er sagt, diese Maschinen sicherlich etwas mit der Geheimforschung von Herrn Tolero und Albert zu tun haben. Und das, was die ja an der Ranger-Schule ja geforscht haben. Naja, nicht richtig geforscht, sondern ja eher rumhantiert in ihrem Geheimlabor gemacht haben. Die geheime Forschung von denen hat höchstwahrscheinlich was mit den Kongiga-Maschinen zu tun. Und dann sicher lochen... Sicher lochen, na toll. Sicherlich auch noch diese... Na... Mann, was war denn das noch? Und dann sicherlich, er sagt auch aus der Zeitung her, diese mysteriöse Firma. Die Altru GmbH. Oh, hier hatten wir auch speichern können. Naja, die Altru GmbH, da sehe ich vielleicht auch noch ihre Finger mit dem 4. Oh, Wingull, Wingull. Mann, extrem lange Folge. Tja. Chaos-Beseitigung dauert aus seiner... Dauert natürlich aus seiner Zeit. So, Wingull. Er setzt Ram-Manöver ein, um anzugreifen. Ich hätte fast Flam-Manöver gelesen. Na gut. Ja, weg da. Komm schon. Boot zum... Aha. Ihr seid sicherlich hier drin. Im Hinterzimmer. Okay, da ist ein Radikal. Hier ein Boot. Okay, wer hatte das gedacht? Hier sind keine dubiosen Gestalten. An sowas denkt man ja eher, wenn man eher sagt, in der Kneipe geht. Also, in der Hafenkneipe. Dass da irgendwelche dubiosen Gestalten auf einen lauern. Und warten. Aua. Verdammt doch mal. Das war heftig. Radikal. Es greift mit einem Bissangriff seiner kräftigen Vorderzähne an. Ja. Das war auf jeden Fall heftig. Aber auf jeden Fall. In so einer Hafenspiel-Lunke. Da hätte man wirklich eher sagt, damit rechnen können. Er sagt, auf irgendwelchen... ...zwielichtigen Gestalten zu treffen. Wie da. Ziemlich verstohlener Typ. So ein paar nichtsnutzige... So ein paar nichtsnutzige Ranger latschen herum und zerstören die Kongiga-Einheiten. Nur weil wir so lange gebraucht haben, die Dinge aufzubauen. Ist doch nicht unsere Schuld, dass die so elendig schwer sind. Aber passt schon. Wir haben einiges an Daten aus dem Experiment gewonnen. Wir sollten aus dieser Hinterwelt dagegen verschwinden. Aber ohne unnützen Ärger. Interessant. Experiment? Was für ein Experiment? Was sollen wir tun? Wir können nicht einfach nur hier herumstehen. Riskieren wir es und fragen sie einfach. Bist du bereit? Okay. Uns bleibt nichts anderes übrig. Los geht's! Zum Einsatz! Entschuldigt bitte, aber wer seid ihr Leute? Könnt ihr uns bitte erklären, was genau diese Maschinen sind? Und was hat es mit dem Experiment auf sich, das ihr erwähnt habt? Echt, Schräger Typ. Ihr Vandalen! Was habt ihr gegen Kongiga? Ihr solltet Dinge mit Respekt behandeln. Wer wir sind, fragst du? Wir sind Team Nachtschatten. Wir sind ein Verbrecher-Syndikat, das von der Weltherrschaft träumt. Ja, das ist ja mal wieder typisch. Wir sind nach Hafebrück gekommen, um mit den Kongiga-Maschinen zu experimentieren. Um zu sehen, ob wir damit Pokémon wie Marionetten kontrollieren können. Äh, ich verstehe. Die wollen so ehrlich gesagt eine Pokémon-Armee aufstellen. Und dann die Weltherrschaft an sich reißen. Das ist ja jetzt sowas von offensichtlich. So, und du da. Wer bist du? Nachtschatten Edmund. Hey, Moment mal. Warum hast du denen das alles erzählt? Oh nein! Ich dachte, ich könnte helfen. Sie haben eine Gutherzigkeit ausgenutzt. Ja, Essen. Das ist wirklich typisch. Mal wieder ein paar dämliche Schergen. Aber mit etwas unfreundlicher Überzeugung werden sie schon vergessen, was sie wissen. Team Ratfrats, greift an! Oh, verdammt! Pokémon der Nachtschatten-Fraktion, greift an! Nächster! Los geht's! Yeah! Ich hab's immer noch drauf. Zwar mit zwölf Punkten weniger, aber gut. Ein netter Gruppenfang. Ha! Mehr habt ihr nicht zu bieten? Hm. Ich habe euch unterschätzt. Aber diesmal wird es ernst. Los, Toxikwark! Toxikwark! Bossfight! Oh yeah! Toxikwark, Nachtschatten, greift an! Okay. Elekid! Wir brauchen deine Power! Los! Miss! Nochmal! Elekid! Wir brauchen deine Power! Yeah! Geschafft! Wow, das sieht ja gut aus! Ha! Toxikwark wurde in deinem Verzeichnis registriert. Toxikwark, er stößt ein giftiges Gas und eine giftige Flüssigkeit aus seinem Maul aus. Weh! Naja, aber... Abgesehen davon... Toxikwark ist schon ein cooles Pokémon, wie ich finde... Hm? Ja. Toxikwark, du kannst gehen. Das reicht. Es ist Zeit, Verschwindung, sie anzugreifen. Blast zum Rückzug! Wir müssen diese Kongiga-Einheit aber mit... Mit zurück ins Versteck nehmen. Sie ist schwer. Aber die Strafe für Versagen wäre noch schwerer. Oh nein, jetzt müssen wir wieder schleppen. Oh verdammt, die haben ein eigenes Schiff. Ja, und sind schnell weggekommen. Sie entkommen. Wer hätte da gedacht, dass sie übers Meer entkommen sind? Das Hochdienst der Brücke war also unnützer Aufwand. Aber kein Grund zur Sorge. Es mag nicht so aussehen, aber ich schwimme hervorragend, wenn ich das so sagen darf. Ich schnappe sie mir und schleppe sie mit Boot und allem zurück. Als Geschenk für euch. Na, lass das lieber. Ich kümmere mich schon um alles. Und... Hau, Stegner, Supersprung! Platsch. Ja, der übertreibt etwas. Er ist mit den Sandalen zwischen den Zähnen ins Wasser gesprungen. Glaubst du, dass er das gut übersteht? Naja, schwierig. Jo, da kommt man also nichts an und wieder zum Angeln, nachdem die Pokémon ruhig sind. Und was ist das erste, dass ich sehe? Stegner, der mit den Sandalen im Mund aufs Meer hinaus schwimmt. Mag mir das irgendwer erklären beim Rollmops? Er ist ein paar Schurken auf den Fersen, die an einem Boot fliehen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Oh, ich glaube, ich habe verstanden. Ich kümmere mich schon um alles. Habe ich recht? Das ist nichts Neues. Lass ihn einfach sein Ding machen. Er kann schwimmen. Schön, aber er wird sicher kein Boot einholen. Der ist bald wieder hier. Ja, recht hat der Angler. Das ist doch unmöglich. Herr Vibrick ist für seine salzige Seenluft bekannt und für Stegner hier. Ja. Junge, Junge, bin ich froh, dass Stegner sicher zurückgekommen ist. Ich muss ein Geständnis ablegen. Ich hatte noch nie eine so gefährliche Mission. Wir haben der Ranger-Basis wirklich eine Menge zu berichten, was? Ich werde Sie auf dem Weg zurück nach Briesenau schon mal per Voicemail informieren. Oh, das ging ja schnell. Äh. Hast du jetzt das gemacht oder müssen wir anrufen? Hm. Nein, wie es aussieht, er nicht. Nein, nein, nein. Wir können also so zurückgehen. Erst einmal holen wir unsere Elsa-Kia und noch Vulcano. Dann Elsa-Kia und noch Radikal. So. Ah ja, Radikal. Das wird uns Elsa helfen, Elsa den Baumstamm, Elsa sicherlich aus dem Weg zu räumen, um an Shell Terra ranzukommen. Toll, Radikal ist nicht da. Aber Moment. Wir können ja auch mal kurz mal sehen. Hm. Plaudergeil. Radikal. Gut. Genau dieses Pokémon wollten wir. Gut, Radikal haben wir jetzt. Aber es schade trotzdem, er sagt, nicht nochmal hier zu gucken, was es noch so hier gibt. Er wird diese Folge benden. Okay, Rad, 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 Container. Können wir da runterspringen? Oh, wir können da runterspringen. Na ja. Dann machen wir uns mal auf den Weg zur Basis. Los geht's. Und eins und zwei und eins und zwei. Aber immer noch eine Schranke da. Nicht gerade vom Vorteil. Und nun wissen wir, er sagt auch, gegen was für ein fieses Team wir ankämpfen müssen. Das Team Nachtschatten. Eine mysteriöse Organisation. Die, also Verbrecher-Syndikat. Das mit Hilfe ihrer Kongiga-Maschinen, die Pokémon zu ihren Marionetten machen wollen. Und die Weltherrschaft ergreifen wollen mit einer gigantischen Armee von Pokémon. Aber dafür müssten die, er sagt, überall solche Maschinen aufstellen. Und dann, er sagt ja auch noch... Ja, überall müssten die diese Maschinen aufstellen. Und dann, er sagt ja auch noch... Ja, die Ranger-Vereinigung irgendwie ja nicht außer Acht lassen. Hm. Nun ja. Auf jeden Fall werden wir uns um Team Nachtschatten demnächst kümmern. Und ihre Plänen zur Weltherrschaft. Auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal Schluss für heute. Und sage damit Tschüss, bis morgen. Euer Phantom Heart. Ciao.